Ich, für mich, habe mich schon geärgert, dass ich mich eher darauf gekommen bin. Also weil ich weiß, bei mir hat es in manchen Punkten auch relativ lange gedauert, was die Beweglichkeit angeht, weil in den frühen Wochen relativ viel, ja, verschwendet wurde von Seiten der Physiotherapie vor Ort. Und deshalb kann ich nur sagen, wenn man mit dem Gedanken spielt, einfach nicht zu lange zu warten, weil die Zeit eben dann doch Gold ist und gerade am Anfang viel, viel getan werden kann, dass es eben nicht so lange dauert.